So, herzlich willkommen eben noch im YouTube-Channel auf Republika TV oder wo ihr sie hier gerade zugeschaut haben. Das ist jetzt der Deep Dive, die Q&A zu der Session der Fertigungsstraße des BUND, also ein agiles Projekt von BMI und der Bundesdruckerei. Und die Speaker, die wir gerade in der Session gesehen haben, sind auch bei uns. Einmal Michelle Jacobs und Matthias Wienecke. Herzlich willkommen. Hallo. Ich gebe nur über kurz einmal an meinen Channel-Host Tim ab, der einmal kurz die Hausregeln in diesem Q&A für alle noch einmal durchsagt. Genau. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vorab ein paar Informationen zum Ablauf. Wenn ihr über Zoom dabei seid und eine Frage an unsere Referenten habt, dann nutzt einfach die Hand-Themen-Funktion in Zoom. Ich rufe euch dann auf und ihr könnt eure Fragen stellen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, hier im Zoom-Chat eure Fragen zu stellen. Und wenn ihr über YouTube diesem Deep Dive beiwohnt, dann könnt ihr über Mentimeter eine Frage stellen. Dazu geht ihr auf menti.com. Menti.com und gebt den Code 222258. Menti.com und dann viermal die 258 ist der Code. Da könnt ihr auch eure Fragen stellen. So. Und damit würde ich sagen, los geht's. Genau. Ich sehe noch keine erhobene Hand. Dann fange ich doch einmal mit einer der Fragen aus Mentimeter an. Und zwar einmal inwiefern. Einen Moment. Gibt es Bemühungen, Bürgerinnen in diesen Transformationsprozess mit einzubeziehen? Und wenn ja, welche? Da kann ich vielleicht mal anfangen zu. Also wir haben natürlich, das hatten wir ja auch schon im Film erwähnt, Nutzer-Feedback-Funktionen eingebaut. Das war auch schon im Prototyp vorgesehen, dass wir an der Stelle im Prinzip auf Zuschriften sämtlicher Art da reagieren. Auf der anderen Seite sind jetzt auch vor allem mit Blick auf den Live-Gang des finalen Portals unter bund.de natürlich dann Usability-Tests mit Personen, die im Prinzip eine gewisse Zielgruppe verkörpern, vorgesehen. Wo wir nach allen möglichen auch Barrierefreiheitsaspekten und Ähnliches das Portal testen und vor allem das Feedback, was wir an der Stelle vom Nutzer bekommen, in die Weiterentwicklung mit einfließen lassen. Haben Sie da ein konkretes Beispiel? Ja, das haben wir tatsächlich. In den Beta-Modus haben wir Feedback bekommen von Deutschen, die nicht in Deutschland leben, sondern im Ausland lebenden Deutschen, die das Portal quasi nicht verwenden können. Und eine der ersten Maßnahmen, die wir getan haben, auch in der Entwicklung schon im letzten Jahr, ist, dass bei dem Portal derzeit für die Suche schon die Postleitzahl nicht mehr notwendig ist. Wenn ich im Ausland lebe, dann kann ich nicht sagen, wo ich wohne. Dementsprechend muss ich aber trotzdem die Leistungen finden können, die mir da angeboten werden. Und das ist eins der Beispiele, was ich wirklich nennen kann, wo wir direkt auch mit Nutzer-Feedback schon gearbeitet haben. Wir wollen das aber auch für die Längerfristigkeit tun und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, beispielsweise das Beta-System langfristig laufen zu lassen. Alles klar. Dankeschön. Jetzt haben wir in Zoom eine Frage von Jasmin Müller-Bjelik. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Sie haben das Wort. Jasmin, du kannst jetzt sprechen. Ich bin tatsächlich kommunale Vertreterin und ich frage mich, wie die Chancen stehen auf so einen Projektantrag, dass der halt genehmigt wird und wie die Zusammenarbeit aussehe und wie lange man auch bräuchte für einen Prozess. Also wenn ich jetzt beispielsweise die Anmeldung nehme, einfach beim Bürgerbüro. Ja, das ist natürlich, also das Bundesportal ist natürlich in erster Linie, was jetzt mal den Bau von Verwaltungsleistungen betrifft, für Bundesleistungen, also sogenannte Leica Typ 1 Leistungen ausgelegt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich mit dem Digitalisierungsprogramm auch eine föderale Abdeckung, die sich genau im Bereich Bund, Länder und Kommunen da ein Angebot richtet an Sie. Und was jetzt im Prinzip eine Möglichkeit wäre, wenn Sie sich einfach an ozg.bmi.bund.de wenden, dort werden die Kollegen im Prinzip aus dem föderalen Bereich für Sie dann den Zuschnitt wählen. Da wird noch eine Leistungsklärung vorab passieren, also ob Sie Leica-konform im Prinzip Ihre Verwaltungsleistung schon registriert haben. Und dann wird im föderalen Bereich da die Digitalisierung angestoßen. Wie gesagt, im Bundesbereich läuft es etwas anders ab, weil da eben dann auch auf die Fertigungsstraße gegangen werden kann. Nochmal zu der Frage, wie lange das denn durch diese Fertigungsstraße dauert. Also die fachliche Vorklärung, Fachbearbeitung des ganzen Antrags dauert, so wie man diese Beantragung darstellt, in einer Fertigungsstraße dauert so circa drei bis sechs Monate, die man halt sehr intensive Workshops miteinander macht. Das ist vor allem so ein bisschen Fachkonzeption, wie sind die Prozesse, Prozessoptimierung, Antragsoptimierung. Die reine Durchführung und Umsetzung des Antrags ist bei uns in kürzester Zeit. Wir haben ja gesagt, dass wir die technische Umsetzung so schmal wie möglich halten wollen. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir im Durchschnitt fünf Personentage Aufwand dafür verwenden. Das bedeutet bei der jetzigen Planung, dass wir so circa zwei bis drei Sprints dafür brauchen. Und da ist der Hauptaufwand tatsächlich nicht die technische Umsetzung, sondern die Abstimmung mit der Behörde über den Antrag, wie er dann tatsächlich umgesetzt wurde und umgesetzt ist. Und das macht man an dem lebenden Beispiel. Und den ersten Wurf eines Antrags hat man in der Regel dann, wenn das Team anfängt, nach dem ersten Tag. Das finde ich schon sportlich. Ich habe aus selbst einer Verwaltung gearbeitet, fünf Personentage. Nicht schlecht. Meldet gerne, meldet euch gerne, also die Hand hochheben unten im Zoom-Fenster. Ansonsten nehme ich jetzt erst einmal eine Frage auf der Meta-Ebene aus Mentimeter. Warum ist digitalisierte Verwaltung noch längst nicht überall in Deutschland angekommen? Andere Länder sind seit Jahren da, wo wir gerade hinwollen. Was sind die Hürden? Das geht wahrscheinlich auch wieder erst mal an Herrn Jakobs auf die Bundesebene. Genau, also das ist natürlich auch eine Frage, die uns ja in der täglichen Arbeit berührt. Was man vielleicht wirklich vorweg mal sagen muss, dass das reine Entwickeln, das reine Bauen von der Verwaltungsleistung, Herr Bieneke hat es gerade speziert, das ist für uns der geringste Aufwand. Und das ist auch nichts, wo wir eine größere Hürde hätten, da die entsprechende Technik aufzusetzen. Was tatsächlich Themen sind, sind die organisatorischen, im Prinzip müssen ja ganze Prozesse sich teilweise umorganisieren. Das ist ja nicht nur die analoge Welt, also ein ausgedrucktes Formular jetzt digitalisieren und dann ist alles schön, sondern an der Stelle müssen wir natürlich auch gucken, dass die entsprechenden Prozesse in der Verwaltung nachgezogen werden. Zusätzlich haben wir auch noch das Thema föderaler Natur. Das heißt, bestimmte Abbildungen in der Informationstechnik müssen natürlich auch sich in das Gesamtgefüge, Stichwort Portalverbund, einfinden. Da sind eine Menge Abstimmungen zu leisten und da sind natürlich auch gewisse Interessen dahinter. Das heißt, das sind alles Faktoren, die den Prozess ein bisschen dehnen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich jetzt durch eben auch dieses Momentum der Corona-Krise in einem guten Schwung, das jetzt auszunutzen und dann auch mit dem Livegang des Bundesportals, ich sage jetzt mal, eine schnellere Geschwindigkeit auch an der Stelle zu erreichen. Weil, wie gesagt, wenn wir dann mit dem Antrag durch sind, das Reine bauen und auf die Straße stellen, das ist wirklich das geringste Problem. Dann vielleicht nochmal auf die Frage zurück, was ist denn in Deutschland schwieriger als in anderen Ländern, die schon digitaler unterwegs sind? Also, ja, wie ich schon erwähnt hatte, also vor allem, was die föderalen Strukturen betrifft, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben halt eine Kommunalleistung, da gibt es eben andere Standards, die dort einschlägig sind, als sie bei uns im Bundeskontext herrschen. Wenn Sie jetzt gewisse Leistungen nachnutzen wollen, Bewohnerparkausweis, dann kann da eine Kommune vorgeprescht sein, die eine wirklich super Anwendung gebaut hat. Und das Ganze jetzt aber in allen Kommunen nachnutzen zu können, da haben Sie ein riesiges juristisches Thema, da haben Sie Vergaberechtsthemen. Das sind im Prinzip ja auch ein bisschen durch die föderale Aufteilung, ja, Zeitpuffer, die uns da eben entstehen. Und das ist natürlich etwas, das lässt sich jetzt eben nicht gleich mit Estland oder Dänemark vergleichen, weil wir da einfach von anderen Voraussetzungen ausgehen. Ich kann auch nicht erwarten, dass tausend Jahre deutsche Bürokratie in wenigen Jahren komplett digitalisiert wird. Das kann nicht funktionieren. Da sind die Deutschen ja auch Weltmeister drin in Bürokratie. Und durch die föderalen Strukturen ist das natürlich noch ungleich schwieriger. Da gibt es einfach unterschiedliche Technologien, unterschiedliche Basisdienste, unterschiedliche Infrastrukturen, die alle zu berücksichtigen sind und dafür den einen Standard zu finden, das ist halt wirklich schwer. Wir versuchen das auf der Bundesebene mit dem Bundesportal zu schaffen. Ein Standardsystem, mit dem man viele Antragsleistungen online darstellen kann, die dann auch möglichst standardisiert laufen. Das ist, denke ich, der richtige Ansatz. Aber der ist natürlich föderal, landes, kommunal, aber auch Kreisverwaltung, Gerichte. Also da gibt es ja tausende von Verwaltungseinheiten, die alle irgendwie mitgenommen werden müssen. Das ist natürlich nicht trivial. Sie hatten, Herr Jakobs, jetzt zwei Länder schon genannt. Das schließt dann eine zweite Mentimeter-Frage an. Gab oder gibt es Vorbilder für die digitale Fertigungsstraße? Wurde zum Beispiel nach Dänemark oder Estland geschaut? Anscheinend ja, können Sie gleich darauf eingehen. Und oder gab es Projekte oder Prozesse aus dem Business-Bereich als Vorbilder? Also, wie gesagt, wir haben ja im Projekt mit der Bundesdruckreihe auch ein Innovationsmanagement, was sich genau diese Portale eben auch anguckt, was im Prinzip da auch den Austausch sucht. Wir haben uns auch die schon bestehenden Landesportale in Deutschland angesehen. Und was wir im Prinzip auch als Vergleich hatten, wir haben uns mal die Kollegen in Dubai, da gab es auch einen sehr erfreulichen Austausch, die im Prinzip unter sehr, sehr parallelen Bedingungen, also die haben auch eine Fertigungsstraße aufgesetzt, da ist der Fokus eher auf mobile Lösungen, bis 2021 tatsächlich eine ähnliche Größenordnung bereitstellen. Die starten mit, im ersten Jahr auch mit zwei Verwaltungsleistungen, sind dann im nächsten Jahr mit 60 Digitalisierungen an den Start gegangen. Also, da haben wir einen engen Austausch gesucht, die Erfahrungen und auch die Probleme. Und dann muss man natürlich auch sagen, und auch an der Stelle haben wir dann eben auch festgestellt, mit Stichwort Datenschutz, Stichwort IT-Sicherheit, das sind eben einfach Dinge, die sind sehr präzise bei uns geregelt, die haben also eine sehr juristische Betrachtung, die da erst aufgearbeitet werden muss, bevor man dann tatsächlich in das eigentliche Bauen von Lösungen gehen kann. Und da, das ist so ein bisschen Freude und Leid an dieser Stelle, wenn es geklärt ist, geht es relativ schnell, aber es muss eben erstmal in dieses dicke Brett gebohrt werden. Okay, das waren jetzt internationale Beispiele. Wie sieht es aus mit Beispielen aus der Privatwirtschaft, die Sie als Vorbild genutzt haben? Also, wir haben ja immer vom Amazon der Verwaltung eingangs gesprochen. Das ist an der Stelle natürlich, ich sage jetzt mal, so ein bisschen der Geburtshelfer für die Idee der Fertigungsstraße, was die Digitalisierungsplattform betraf. Also, das Anliegen, das Primäre ist ja diese Nutzerzentriertheit. Man muss sich nochmal vergegenwärtigen, wir sind als Bundesportal ein Dienst der Dienstekonsolidierung, so wie es auch andere Dienste sind, die wir zum Beispiel eine Bezahlfunktion, zum Beispiel ein Nutzerkonto einbinden müssen. Wenn wir das starr durchdeklinieren würden, rein aus der Verwaltungssicht, dann würde der Nutzer jedes Mal abspringen müssen. Das ist überhaupt nicht das, was im Prinzip jeder normale Nutzer heute auf Amazon oder Facebook oder wo auch immer Ebay erwartet und wie im Prinzip auch die Gewohnheiten sind. Das ist keine Convenience. An der Stelle sind wir wirklich dann reingegangen und haben gesagt, wir müssen diese Sachen integrieren. Wir müssen diese Sachen nutzerfreundlich ins Portal einbauen. Und das waren auf jeden Fall die Findings, die wir dann in der Analyse dort mit haben einfließen lassen, was wir im Anforderungsmanagement regelmäßig einbauen, dass wirklich so viel wie möglich der Nutzer direkt im Portal erledigen kann und nicht, ja, ich sage jetzt mal, auf drei, vier Seiten dafür abspringen. Technisch orientieren wir uns sehr wohl an dem, was, das war ja auch Teil des Vortrags, an dem, was dort in der Privatwirtschaft passiert, also dass wir moderne Technologien einsetzen, Containertechnologien, die von großen Portalen heutzutage verwendet werden. Und da sind wir auch relativ kompromisslos, was diese Technologien einsetzt. Aber die technische Frage ist da einfacher zu bewerten. Fachlich ist es die Verwaltung etwas völlig anderes als in der Privatwirtschaft, in der Privatwirtschaft, schönes Beispiel, im Datenschutz haben wir gelernt, dürfen privatwirtschaftliche Unternehmen alles das, was nicht verboten ist und die Verwaltung darf eben nur das, was erlaubt ist. Und das ist halt genau der unterschiedliche Ansatz, wo wir dann auch fachlich mit der Plattform natürlich ganz anders umgehen müssen, gerade was die Themen Datenschutz, Rechtssicherheit, Verwaltungsrecht etc. angeht. Alles klar, genau zur Usability gab es auch noch Fragen auf Mentimeter und zwar werden auch Nutzende aus kommunalen Verwaltungen mit in diese Usability, Tests einbezogen. Ich sage mal so, wir würden gerne so viel wie möglich Testfeedback haben. Deswegen haben wir auch die Beta-Plattform und sind da auch für Tests immer zu haben und auch für Beteiligung zu haben. Beteiligung ist ja eins der zentralen Elemente in der Agilität, dass man jetzt mit interagiert, mit seinen Nutzenden, mit seinen Kunden und natürlich sind da auch die Feedbacks aus der Verwaltung auch wichtig. Alles klar, also Feedback an alle, ob nun kommunalen Mitarbeiter oder auch normale, in Anführungsstrichen, BürgerInnen, beta.bund.de, fleißig Feedback hinterlassen und das wird dann auch genutzt. Wir haben leider nur noch eine Minute. Gibt es noch eine dringende Frage direkt in Zoom, die Sie gerne stellen wollen? Dann jetzt einmal die Hand heben. Ich sehe keine Hände. Mentimeter haben wir bestmöglich abgearbeitet. Dann vielen Dank für Ihre Zeit. Michael Jakobs von BMI und Matthias Bieneke von der Bundesdruckerei und allen, die Fragen gestellt haben, zugehört, zugeschaut haben. Tim, haben wir noch eine offizielle Botschaft? Ansonsten viel Spaß bei weiteren Republika-Sessions auf YouTube und den üblichen Channels. Oder, wenn Sie gerne weitersprechen möchten, auch in den Hof wechseln. Die Links sind am besten über unser Twitter-Profil zu finden. Da ist ein sogenanntes Pad-Dokument mit allen Links, da unsere Website heute hoffnungslos überlastet ist. So viel zu den Diskussionen von Digitalkonferenzen. Leider ja. Die Botschaft, habt Spaß, guckt auch allen Kanälen. Das gilt natürlich immer. Hier im Deep Life 2 geht es um 17.35 Uhr weiter mit dem Thema Memes. Memes for Future, vor allem sehr auf das Künstler-Kollektiv Cluster-Dak. Eine kleine technische Botschaft tatsächlich noch. Wir müssen einmal den Zoom-Raum hier neu starten, sind dann aber rechtzeitig wieder da, wenn es um 17.35 Uhr losgeht. Vielen Dank, das war spannend und bis nachher. Genau. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Danke, tschüss.